Ich habe kein Ziel. Es muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher heran. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Den Geistern sei Dank für euch, Brüder und Schwestern. Die Himmelsbrecher ist bereits abgeflogen. Schnell zu Orgrims Hammer. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie einholen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Akamagosch, mutige Krieger. Die Allianz ist in großer Zahl anwesend. Hauptmann Sauerfang wird sich freuen, euch an Bord der Orgrims Hammer zu sehen. Schnell. Wir werden das Gebiet sichern, bis ihr startbereit seid. Infanterie. Doktor! Wo sie schauen halten. Kraft und Ehre! Erhebt euch, Söhne und Töchter der Horde! Wir ziehen gegen einen verhassten Feind in die Schlacht! Laktar! Ogar! Cochran, bringt uns hier raus! Was ist das? Da nähert sich etwas aus der Ferne! Ich brauche ein Ziel! Ihr werdet schnell sterben! Was wir suchen, werdet ihr bald erfahren! Cochran, vernichtet sie! Was braucht ihr? Cochran! Aufbruch! Champions, gebt Acht! Die Geisel ist... Mein Sohn starb an der Pforte des Zorns! Ich bin nur hier, um seine Körper zu holen! Störrisch und alt! Was bleibt euch übrig? Ich bin stärker und mächtiger, als ihr es je wart! Wir nannten ihn Dranosch! Herzdrenos auf Orkisch! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen! Ich ließ nicht zu, dass die Hexenmeister ihn mitnahmen! Mein Junge war sicher! Versteckt von den ältesten Garadas! Bevor sie starb, versprach ich seiner Mutter, dass ich alleine durch das dunkle Portal treten würde! Und sollte ich auch sterben, mein Sohn würde sicher sein! Unverdorben! Heute erfülle ich dieses Versprechen! Ich kann das nicht angreifen! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen! Kommt nun Helden! Kommt und stellt euch der Macht der Geist! Bei der Macht des Lichtkönigs! Ich habe kein Ziel! Ich bin frei! Du wirst deine Zeremonie in Nagrand haben! Dort, wo auch deine Mutter und die Vorfahren eingeäschert wurden! Beim Licht! Der Transporter hat funktioniert! Die Kälte dieses Ortes lässt mir das Knochenmark gefrieren! Ehre, junge Helden! Wie hart die Schlacht auch sein mag! Gebt eure Ehre nie auf! Ich muss näher ran! Das kann ich! Ja! Ich muss die Aufnahme bewegen! Ich muss ihn nicht erklären! Ich muss die Rolle spielen! Du bist nicht! Ich muss ihn nicht spielen! Ich würde es gerne holen! Seid ihr ein Glückspinz? Die Lebenden? Ja! Nein! Ihr töten Stinky! Ihr jetzt dran! Ich bin außer Reis... Was? Eine ganz normale Gaswolke! Aber Vorsicht! Das ist keine ganz normale Gaswolke! Ich bin außer Reis... Ich bin außer Reis... Ich bin außer Reis... Ich bin außer Reis... Gute Nachricht Freunde die Giftschleimrohre sind repariert Gute Nachricht Freunde der Schleim Gute Nachricht Freunde die Giftschleimrohre sind repariert Gute Nachricht Freunde die Giftschleimrohre sind repariert Gute Nachricht Freunde die Giftschleimrohre sind repariert 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 Gute Nachricht Freunde die Giftschleimrohre sind repariert 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 Haltet eure Waffen bereit, Argentum Brüder. Die Vrykohl werden die Frostkönigin mit ihrem Leben schützen. Lieber sterbe ich, als einen weiteren Tag Reagenzien für diesen irren Finkelstein zu besorgen. Genug Geplänkel! Unsere Champions sind hier! Helft ihnen, während wir unseren Weg durch die Halle warnen! Ihr mögt mit mir gekämpft haben, Kroc, aber nun seid ihr nicht mehr als ein Verräter. Kommt! Euer zweiter Tod erwartet euch! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss mich für einen Moment ausruhen. Jämmerliche Kreaturin, sterbt! Ihre Verstärkung wird bald da sein. Wir müssen sie zur Strecke bringen. Schnell! Törichter Kroc, ihr habt meine Verstärkung mitgebracht. Erhebt euch, Argentum Champions, und dient dem Lichtkönig! Ich muss näher ran. Kau, Geiselwand. Hat ihr recht? Ich luchte, kommt niemand. Macht euch auf ein explosives Gefecht gefasst! Ja! Ich lenke sie ab! Schickt unsere Brüder zurück ins Grab! Dann helft mir sie zu verhalten! Ja! Eindringlinge im inneren Sanktum! Verschleunigt auf meinen k Spelliot geschlüpfen! Ich schulde, dass wir das Else raus deserten werden und etwas bleiben! Was ist das an cooked? Ich habe kein Ziel! Helden, helft mir! Ich... Ich brauche ein Ziel! War ein stark! Ich habe kein Ziel! Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Ich habe ein Portal in den Traum geöffnet. Darin liegt eure Erlösung. Helden. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich hab die kommst. Ich brauche eins zu werden. Du kannst dich trägt. Ich brauche meine Löse-inziehen. Ich brauche es nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche es nicht. Ich wandere mich. Ich brauche es. Was ist das? Was ist das? Nur Knochen und Sehnen für die Wiederbelebung auf! Ich brauche ein Ziel! Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ich bin geheilt! Isera, erlaubt mir diese üblen Kreaturen zu beseitigen! Ich bin außer Reichweite. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020